Ein Ford Transit Zustum steht hier zum Verkauf. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Bluetooth, Tempomat, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Auf 100 km liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,4 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis 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 Bester Preis